hallo ihr leben und da sind wir wieder bei einer weiteren folge wird auf wäsche dabei sind wieder dieselben hädel und dente hola mit dem flugzeugträger jetzt wird's lustig ihr lieben jetzt wird's lustig also rein ja was ja ich gebe luftunterstützung na dente macht hier einen auf flugzeugträger und er macht wieder auf texas team ach so und lässt wieder seine flieger abschießen nee ich explodiere dente bisschen geld sammeln weißt du ich möchte rund um die uhr hier schutz haben alles klar kein problem viel spaß auch mit der texas aber freilich ich freue mich so wenn man auf höheren stufen mit flugzeugträgern irgendwann geht es nicht mehr dass da zwei in einer runde ist aber ich glaube das ist ja so stufe 8 zu ach verdammt ich hab was verpennt ach egal und es dauert noch ewig bis gleich ich fahr nach rechts ich fahr nach rechts ich fahr nach rechts sicher ja da fahren sie alle ich fahr doch nicht nach links da ist dente was soll das jetzt mal okay fahr ich auch nach rechts nee du fährst du schlinks lang ich bin doch eh hinten hände lacht wie eine hexe hände lacht wie eine hexe hände lacht wie eine hexe immerhin haben wir hier drei zerstörer auf der rechten seite viel glück allen danke sehr freundlich sehr offen ist oh ich habe einen screenshot nebenbei gemacht okay ich drücke nicht mal die f12 aber musst du machen um dich hier in diesem spiel zu bedanken ich mache auch immer screenshots und wenn ich dann fertig bin dann kann ich zigtausende screenshots löschen hände flieg vernünftig ich flieg vernünftig fliegst wie besoffen ich oh ich hab was aufgedeckt ich auch ich hab das gefühl ich bin die runde sehr schnell raus irgendwie heli a ich hätte lieber mit der miyogi fahren sollen fahr rechts lang genau ja ich wollte erst ich wollte erst mal rein fahren ja wir müssen direkt kämpfen ja ich glaube auch oh oh er passt wohl nicht so ganz auf wir sind aber ganz schön viele auf unserer seite wer hat gesagt wir fahren nach rechts ähm aha äh äh du wolltest uns schützen ja ich mach ja schon wo gehen die denn jetzt auf dich das tat so ein bisschen weh aber danke für die freundschaft da hinten ich bin total mega verwirrt gerade bestätigter einschlag mal oh gott da kommt äh vorn ja würde ja gerne ja ja komm schon komm schon ja der trifft ja ja der zerstörer ist aus welcher einer äh welcher der andere ist gerade nur verschwunden aber ich weiß jetzt nicht ob du den ne ich glaub der lebt noch ich glaube den werde ich da nicht trennen ich glaube den werde ich da nicht trennen ich bin irgendwie an die Miyogi gewöhnt die ist ein bisschen schneller als die Tags ja das ist richtig er steht da hinten einfach nur alles klar ist die da in die Sahne? nein die Miyogi ich fahre ich fahre ja nix nur wieder mit der Miyogi uff du meine güte guck dir da oh gott ist doch ganz schön nah ne fahr hinter die Insel rette deinen Poppes mach ich doch schon uff mein Hintern muss mein Hintern in Sicherheit bringen beschuss? von was von wem von wo? oh 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 miuugi i hate you eh ja du lässt sich rausschießen das ist ja nett du lässt sich rausschießen du lässt sich rausschießen ja der Jäger überreicht gerade Abstationen brauche Feuerunterstützung jawohl da oben schleicht sich ein Zerstörer lang ne ja ja mhm nach wo? na so naja da oben in der Ecke aber das auch um Zerstörer von uns und Kreuze ach da ok ok die hocken alles zusammen da kann ich meinen Jäger gar nicht so weiter schicken glaub ich drehe auch mal ab das war wohl nichts ich mach äh Gänsemarsch hier gerade ja soweit in Sicherheit hier hinten ich geh lieber auf die ok bin doch nicht in Sicherheit Gas geben ja er wird trotzdem sehr beschossen hm aber ich treff den sehr gut lecker lecker Texas von oh er ist weg von der Seite lecker 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 schon gar keine Jäger ja fang ich doch lecker lecker Texas von der Seite ja das kann man sich doch nicht hin gehen lassen komm meine Türmschen komm meine Türmschen eins zwei drei und ein bisschen vorne und ein bisschen vorne war ein bisschen vorne doof er hat noch reger das ist es nicht gut wo das war runter alter der schießt hier sowas von runter und icke oh scheiße hat die dann die sahne topes ich glaube ja tete warum ja ich weiß nicht hat zu hell warum ach die die das schiff gebraucht haben alter ich bin Schlachtschiff das ist ein Kreuzer was soll das die Wyoming beschießt mich natürlich nicht gebrochen nein den hintern wirst du auch nicht treffen ja wo geht ihr eigentlich gerade hin ich bin nach die zwei Flachtschiffe unser Flugzeugträger kriegt jetzt hier drauf wer doch der wird beschossen wo denn wo ist denn der ach da unten der soll ja umdrehen abdrehen wegdrehen kann mich doch nicht um alles kümmern ah na klar die Orion ha treib Abe dahin schlossi ich bin entdeckt vom Flieger und unser Flugzeugträger ist kaputt hättest du auch mal helfen können ich auch entdeckt kein Problem ja das hättet ihr hättet mal helfen können ja doch stimmt Ende wir haben hier gerade echt Probleme und du ja ich jetzt auch gleich ja echt Probleme ja dein Lenk oh je ich weiß nicht weh das auuuuutsch was hat weh getan aaaaaaah wie ist es gut guten Tag Flugzeugträger ja jetzt hör doch mal auf aus zu das war es bin raus denn du ey uncool ich habe die Tafelos noch abgesetzt auf den anderen Flugzeugträger der kriegt auch ein paar ab 3 Stück Ich glaube ich bin auch raus, ich bin hier Hier, du bist zurück Voll den Schaden Ach, hör doch mal auf mich von der Seite zu treffen Mann Flugzeugträger vor, vielleicht kriegst du ihn noch weg Ach der Ende, was meinst was ich vorhabe? Erzähl mir doch wieder mal nischt hier Mein Gott Ich hasse diese Kommentare Aber wirklich Natürlich nicht, war ja klar Scheiß da an die Sahne Elia schaukelt jetzt schon Ah, haha Na klar Kriegst du ihn? Bin da zuversichtlich Ich fahr einfach hier Auf den Außenring und schieß von hier Oder auch nicht Ach, keine Ahnung, ich probier's mal Hallo Na verdammt, jetzt dreht er auch noch Da an die Sahne Mhm, ja Ja Ich glaub die, ja die wollen mich Naja, die Zerstörer sehen sie ja nicht vor dir Es sei denn sie ballern Kreuzer könnten sie sehen Anonen-Kugeln Lädt ihr auch mal? Anonen-Kugeln Lädt ihr auch mal? Ach, das sah so verdammt knapp aus Ach, das sah so verdammt knapp aus Da, das ist der Flugzeugtrigger Rechte Seite, kommst du ran? Ja, warte Kommt da nochmal Toms? Weiß es nicht Einer Haha Süß Alter Ich brauch einen neuen Führerschein Neuen Führerschein Neuen Führerschein Aber dann kann ich vielleicht mal da bisschen Unterstützung geben Okay Hab ich gerade vollfett daneben getroffen? Ähm, eventuell? Ja, oder? Ah, top, das haben wir getroffen Ah, natürlich Ah, der Flugzeugträger Ah, der Flugzeugträger Warte, dann kriegst du ihn jetzt schon wieder Schon wieder Toms Und dann kommt nochmal Und die sind auch für dich Ah Oh Oh Unser Team hat die Führung übernommen Oh, wir haben die Führung übernommen Wo ist denn der andere Flugzeugträger? Hoffe ich Ah, der ist raus Ah Oh, das war, oh Gott Oh, der hat aber noch, ich glaub, das sieht gar nicht so gut aus Wochen haben wir die Führung übernommen Los, schieß ihn raus Ja, erstmal muss man eine Kanone Alter, dein Leben Deswegen, ich bin gleich tot Natürlich Wird ich einnebeln hier? Nee Nee, das schaffe ich nicht mehr Keine Ahnung Hätte ja sein können Ob er das schafft? Äh, naja Wenn er fünf Minuten durchsteht Ja Naja, und die dürfen das hier nicht übernehmen Warum hat er genebelt denn? Er ist nicht mal drinnen Gefecht endet in fünf Minuten Ja Alle gucken gebannt drauf Ja, ich verfolg mal seine Tops hier Ja, wir auch gerade Mach ich auch mal Komm schon, schneller Schneller Noch schneller, am schnellsten Ja, die müssten gut Doch, 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 die treffen gut Stoppt der? Macht der langsame? Ja, aber reicht nicht Einer trifft Zwei, drei, fünf, drei Nein, die laufen raus Oh, nein Oh, nein Hätte ich nochmal den anderen weggepfeffert Ja Ja Da keine Flieger mehr? Ich glaub da steht Flieger mehr, ne? Kann gut sein Ja Hat er getroffen? Ja Noch sind wir in Führung Wenn er vielleicht noch ein Schiff rauskatapultiert Ben Wir kriegen jetzt immer sechs Punkte rein Wie viel kriegen wir rein? Kommt überhaupt was bei uns rein? Stopp nicht, nein Plus sechs, plus sechs, plus sechs, plus sechs Er muss nur dieses eine Schiff dann noch raushauen Na ja, nicht nur, sondern dann hätten wir vielleicht noch einen kleinen Vorsprung Mehr Punkte Mehr Punkte Kipp mir die Krake Ja Tanja, da Na Doch, nix, der fährt weg Wir laufen wieder aus Mit dir musst du noch rauskommen? Schon? Ne Uh, die treffen Uh Hm Nee, das Schiff nicht Oh, sie laufen Nicht auf dem Flugzeugträger Nicht den Leiber Das sehen füße aus Ja 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 das Passiert Dann hat er scheated Ja auf einmal Oh das zu machen So Ja ey Haha Was heißt da eigentlich mal cheaten? Oh sorry Fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge Tschüss Ciao